oder? Welches Skins habe ich denn hier freigestellt, ob bei mir ist mehr verkauft? Arcade Rhythm, 40% reduziert. Boah, das ist auch der ewig, bis die sich öffnen. Ja. Boah, ey. Wo ne wie nach... Arcade Rhythm, 40% reduziert. Ich hab ja nur zwei Champions gekauft bis jetzt. Bei mir ist immer noch der Prozent, das Prozentzeichen verpackt. Ash, 50% reduziert. 40er Ash. War es ins Maximum 80% oder? 70, glaube ich. 70, habe ich als Eimer. Oh. Der erste Champion, den ich auch habe. Leona. Du hast den Champion reduziert. Suraka, 70% reduziert. Himmelsding als Suraka, habe ich bekommen. Kein Rangaskin? Ich habe keine Ahnung, wer das hier ist. Leute, mir wird kein Rangaskin vorgeschlagen. Wer ist denn das? Nautilus, 70%. Also, ich kann mir sogar auch den Champion mit Midskin derzeit nicht holen. Okay, schnell mal Mastery zerstellen. Äh, ja. Da waren wir hin. Ja, hast du genug Zeit in der Champions Selection. Da waren wir hin. So, wie kommen wir jetzt da durch? Wir müssen uns den Weg bahnen. So. Kritisch, glaube ich, wer das. Und nur das. Rangaskin ist gerade sogar Free-to-Play, ne? Ich werde nicht gebannt. Ja, aber warum sollte denn Free-to-Play-Champion im Rang gebannt werden? Weil die denken, oh, warte mal, Rangas hat Free-to-Play, kommt bestimmt wieder auf die Idee, den zu spielen, also banne ich dich. Ja, das ist natürlich ein Zusammenhang, der sich ja auch fordern schnäßt. Ja, ist so. Wirklich? Ja. Das war früher nur so, als ich damals im Rangaskin gesteppert wurde und immer die schon blitzgebannt, die Free-to-Play-Wort. Das gibt doch auch Sinn. Es gab genug Leute, die denken, oh man, Champion, die habe ich nicht gespielt. Probier's mal. Ich habe als Typ, ey, ich habe Chakras seit einem halben Mal nicht mehr gespielt. Ich spiele jetzt mal im Rang. Okay. What the fuck? Hat reingesackt wie ganz was. Oh, Miramisu streamt wieder. Oh, nice. Ey, sorry, den können wir jetzt aber nicht spielen, ne? Jetzt haben wir das in Live, ach, Spandau und Fernus streamt hier, Isola streamt, meine ich. Ja. Ich fange immer so abends an zu streamen. Ey, 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 das ist mein Teamgrün, wir nennen es irgendwie so Spandauer Feuerbrunst, oder? Bin ich ein Spandauer-Junge? Ja, ich, das zählt. Ostdeutsche Dreieck. Ne, ne, wir hatten früher mal ein Team, das fand ich aber, wir hatten früher ein Team, das fand ich voll nice. Wir haben das genannt in Spandau 5, wie Moskau 5 eben, als es noch aktuell war, also in Season 2, 3. Das war Gambit, früher. Die hieß Moskau 5. Die seien ja alle so aus wie Russen, verstehe. Wozu, überhaupt nicht lange, Alter? Hm, schlecht. Team streamt ein und setzt über das einfach nur, why? Also immer Thunderbirds mitnehmen, oder? Richtig? Auf Support nicht. Nein, ja, ich mache mir gerade Jays Sachen. Ach, so wird Jays spielen? Ne, ich mache mir Jays Sachen. Ah, so wird Jays spielen? Nein, ich mache mir nur Jays, ich habe mir jetzt zwei Mastery Pages erstellt, weil der Account Jays Only heißt. Ja, aber du willst nicht Jays. Jays ist immerhin auf Level 2, okay? Sag mir bitte nichts. Rhym ist auch auf Level 2. Rengar ist auf Level 5. Das ist auf Level 1. Ich habe ein Spiel mit dem gemacht, habe 1400 Punkte bekommen. Vorst 1.800, okay. Hm, die Q dauert aber lange. Alter, Maxim spielt einfach Trundle. Trundle gegen, ähm, Jorek spielt er. Denn eine Ghule, die er macht, heilen Trundle einfach hoch. Das ist eh witzig dumm. Er hat gerade die Ghule beschworen, 3 am Tor und dadurch hat sie Maximopppfunhaus hochgeheilt. Nein. Oh lord, jetzt schon okay. Nice. The port of heat. Okay. Ach du bist okay. Also bannst du wahrscheinlich nicht mit dem Weg, oder? Let me go, Rangor. Oh, Jays. Oh, Jays. Ich sag auch einfach nur, ich will Rangor haben. Dann ist mir egal. Also was soll ich Back-Bann? Rangor? First-Bann. Schon mal gesetzt. Second-Bann. Oh, Hannity. Sag mir, da wird geballt. Was soll ich jetzt bannen? Was ist Meter? Was ist Meter? Ja, Jays spiel. Jays ist ganz free to play. Du kannst immer noch keine free to play Champion Rang spielen, oder? Weiß ich nicht. Ziemlich safe. Was soll ich denn bannen? Ilaoi? Ja, stimmt. Der ist einfach nervig. Das ist ja sie. Sie immer noch, okay. Die Krakenpriesterin. Die hat einfach die gleiche Lauf immer zu designen, ey. Ja, und schon. Eigentlich sollte ich dodgen einfach, oder? Nee, wir spielen uns jetzt richtig sübisch hier aus, okay? Ja, ich kann dodgen. Ja, und was wollen wir dann machen? Dann willst du 5 Minuten warten oder so und dann nochmals das gleiche erfahren. Ich kann auch Würfen spielen. Ja, dann spiel Würfen. Hopp. Würfen, please. Ich werde drinnen, mich. Vielleicht hätte ich keine Ruhe, aber ich habe auch einen Ribbon geruhen. Na, muss ich wohl oder übel Jays spinnen? Ich kämpfe für eine strahlende Zukunft. Safe. Insta-Log Jays. Ja, ich hätte hier bestimmt auch irgendwelche Smurfs oder so, oder? Hm? Irgendwelche Slows? Smurfs. Smurfs. Ja, Smurfs auf jeden Fall. Ja, Slows haben wir auch. Guck mal, wir haben Lulu. Ja. Bei Hartz. Wir werden vielleicht Jays sagen. Ey, bitte. Sag bitte, bitte. Arzt denkt ihr, du kriegst Support, du Jays? Nein! Auf zu träuen! Sag bitte. Nein! Du kriegst ja Jays Support! What? Was ist das? What the fuck? Ich habe geschrieben, Support, oh Jays. Was war denn jetzt an einem Feld zu verstehen? Auf jeden Fall haben wir nicht viel Adi. Das ist schon mal ganz gut. Nee, ich glaube, er checkt ja eh, welche Rolle er sein wird. Das muss er doch gecheckt haben, ey. Was war denn? Gibt es nicht so eine Call, von wegen einer Position oder einen Champion? Das ist doch voll okay noch. Ich bin Riven Main, ne? Was weißt du? Ja, ich weiß, dass du Riven Main bist. Oh, ich spiele gegen Cutter, aber das geht eigentlich voll easy klar. Ich habe die seit Inhalt Masters noch nie gespielt, aber wurde schon klappen. Hm. Du denkst, ich habe Jason in der Zeit gespielt? Auch er nicht so. Hast du gesehen, wie ich vorhin nicht gespielt habe? Das war schon geil. Ja, in A-Raum, okay. Nein, hast du nicht gesehen, wie ich jetzt gespielt habe? Achso, nein, habe ich nicht gesehen. Eigentlich habe ich mal ganz gut gespielt. Who's up? What the fuck? Ich habe da halt so oft geschrieben. Nee, nee, nee. Das ist einfach zu peinlich. Ich habe Nasus-Problem, willst du dich rollen? Jo, das wird spannend. Ich bin Top-Lane-Spielen. Wir können Lanes tauschen. Wie gegen Cutter. Ja, aber ich war kackt doch gegen Nasus genauso. Ich, ich, ich Auto-Tag gehe ein paar Stunden und dann macht er mich im Komplett. Ich nehme Thorst mit gegen Nasus und nehme ich schlechte P mit und nehme ich Ignite. Ich weiß es nicht, was soll ich mitnehmen? Hm. Aber Nasus, ich brauche eigentlich, muss eine Live-Ding-Situation. Wird jetzt schon so gut werden, ich sag's dir. Ja, es wird richtig gut. Okay, viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Jo, jetzt kommt hier der Epyc-Epyc-Srash-Pick durch. Jo, jetzt kommt hier der Epyc-Srash-Pick. Jo, jetzt kommt hier der Epyc-Srash-Pick. Jo, jetzt kommt hier der Epyc-Srash-Pick. So, let's defeat beginn? Let's defeat beginn, oh es geht schon los. Gutes Timing. Der Kind ist supported, den schreibe ich mir auf. Das finde ich echt ein sehr sehr guter Joke, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die geht auch schon wieder so high, bitte schon, von der Elo. Okay, das Gute ist, die geht also wahrscheinlich... Ne, das ist kein Smurf. Kein Smurf bei den Gegnern. Kein Smurf. Kein Smurf. Ich versteh dir, kein Smurf, confirmed. So, ich werde erstmal erstmal... Es wird First Blood, glaube ich, gegen... Ich werde reinpushen, dann werde ich ihn fast töten. Ich werde ihn Low haben, werde Flash raushaben, Ignite raushaben. Dann wird ich hinkommen und ich sterbe. Das ist... Ja. Ne Ansage, sag ich mal. Mein Plan ist so, Last Hitten, Q drücken und eventuell töten. Das ist am Anfang der W, ne? Hm? Der Jace hat am Anfang die W, ne? Ja, die W ist natürlich echt eine gute Fähigkeit. Ja. Kannst du gleich drei Outtracks machen, Thunderlords geprockt und übelse Poke. Du hast keine Thunderlords mit auf Jace, alles klar? Ja, ich hab... Du hast die Krippen aus dem Übel, ne? Ich hab dort Sunder... Da steht ja Kriegs... Lois Kriegsfürst, nicht Sunderlord? Ähm... Ne, ich hab sonst immer gelesen, aber ich dachte bei dem... Ach so, ganz klar. Kriegsfürst wird locker mit Sunderlord übersetzt. Hatte ich ein guter Call. Hm. Hier war fast item... Fast item Black Keeper oder so. Ich? Oder sie? Ja, ich. Oder sie? Okay. Okay. Mein Stunz gehen soll ich... Voll raus. Okay. Okay. Na, meine Prophezeiung erfüllt ich schon mal. Ich puste mal schon rein zu ihm. Ja. Die wurde mal... Der Rhythm main. Das sehen wir uns... Na, Asus wird... Gress auf die andere Hänge. Der Hals ist einfach so heftig hoch, ja. Ich weiß nicht, ob das auf Main jetzt drauf geht. Boah, es kommt jetzt wirklich hoch. Der kann einfach so heftig... Okay, zwei Flashes raus. Drei Flashes raus. Alle tot. Äh... Lee kein Flash. Kata kein Flash. Ich kein Flash. Äh... Und... Unser Jugnerkin wird kein Flash. Also Lee ist nicht bei mir. Nein. Lee war Mitte. Und alle haben keinen Flash. Gut. 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 Ich bin safe, nicht tot. Gut. 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 So... Buowert einfach für den Kill. Ah, der hatte geflashty. Aber ich musste mal echt drauf achten, ob der flasht, ne. Gab´s nicht auf deinen Gegner... ...ob... ...dein Gegner Flasht? Ne, auf... Ich bin dann immer voll im Fight konzentriert, dass ich mich nicht töte, dass ich nicht wirklich darauf achte dann. Das ist am besten das Spiel, wenn ich das Spiel immer nachgucke. Nice, das war richtig gute Maschine. Ist wirklich gerne auch ne Farm. Wither ist wirklich nervig oder so. Ab Stufe 2 schon mal so ein Slow von 3 Milliarden Jahren. Popland ist gankbar oder? Ne, ist gewartet. Alles klar? Ich geh für nen Snipe. Oh Leute, ist der Schett schon tot? Wtf? Hattes nicht gedacht. Die Leute sind besser als die Plasimen, mit denen ich heute zusammengespielt habe. Ja. Ja. Wobei Ribbon mit Thunderlords natürlich auch ein bisschen Broken ist, ne? Ah, Broken Sword. Ja, ihr Schwert. Ist halt echt so, weil sie kriegt halt übelstlich 4 AD durch ihr Schwert. Sie kriegt halt später glaube ich 100 AD oder so. Und Thunderlords mit 100 AD. Mit 3 Skalierung, easy. Oh Leute, Lieschen. Der war nicht so gut. Aber der, der war jetzt nicht so gut. Nice. Alle rasieren das einfach wieder. So gefällt es mir doch. Ich behalte mal ein bisschen. Oh, das ist wirklich krass. Ich werde halt immer weiter abschalten, wenn die Elo hält. Mann ey, warum engage die nicht auf mich ey? Ich spiele schon irgendwie jetzt offensiv. Ich denke mal 6 Milliarden Tower. Ungefähr. Er hat schon einen Pink neben seinem Tower. Ups. Ist auch gut, dass man das jetzt... Ähm... Äh... Äh... Blacksever. Ja, Blacksever. Nicht mehr mit den Eurubin Crystal, äh mit dem, also mit den Kindergem baut. Wondern jetzt mit den 2 Schwerter nochmal plus Cooler Redaktion. Mit diesen Warhammer. Okay. Ich ziemlich angenehm. Ich auch. Ich hab schon gesehen. Ich hab schon gesehen. Wie gesagt, erstes holst du dir das... Manamune, ne? Weißt du ja. Dann holst du dir... Ja. Dann holst du dir... Brauche ich gerade. Manamune. Ja, ja. Dann holst du dir... Ja. Das ist es mal. War früher. Nein. Das ist es mal... Ja. Das Item mit... ...deckgeschwindigkeit und so. Okay. Ich glaub ich. Ghostblade. 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 Okay. Level 6. Ich hab voll übersehen, dass er die Darker haltet. Er ultet und will mich nicht fighten anscheinend. Er ist... Er ist ne Lure. Es. Oh shit. Boah, aber nicht schlecht. Nein, egal. One for one. Ich glaube, ich hätte den Nasen nicht bleiben, oder? Hm. Aber die Kinnwirt, muss ich sagen, die rasiert schon sehr hart, ne? Die Kinnwirt ist echt nicht bad, oder? Ich habe nur, weil geht ja gut, ob die Smurf sind. Ich weiß nicht, bei uns kann es sein, dass das Smurf ist. Ja, weil die Smurf hat so, ne? Ich meine, die hat jetzt 5-0-1. Und die rasiert gerade schon wieder. Fail. Aber es wäre auch hart gefehlt. Naja. Ich muss hier aufpassen, ob ich oben vorbeikomme. Ich weiß nicht. Wie ist das mit Lee? Gibt es denn Lee? Lee war kaputt. Und das war. See ya. Warte. Vielleicht, ich kann die 3-3 machen. Weiß ich, wahrscheinlich, wer sterben würde in der Tower. Er lacht. Apropos Tower. wir wollen schon irgendwo die mitte Nee. Bei Naso KDP. Das ist echt ein bisschen nervig von mir. Wow. Das war kurz dachten, weil, äh... Wow. Das ist nur... Die Kindheit ist nicht fans genug. Die Kindheit hat 87 Normal Wins. Alter, die hat 710 Ranked Wins. What the fuck? Und 699 Ranked Loons. Aber die rasiert doch gar übel. Ja, die... Die hat Kindheit über 75 Games. Im Rank. Ja. So viel hab ich damit ranken, aber... Merkt man. Feierl St. Tja, ja. Ah, ah, aa, ah, 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 ah... Ah, ah-ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah-ah... Ah, ah... Ah, ah. vielleicht ich habe eigentlich ziemlich krass aber oder so ein bisschen wir kommen sehr ein bisschen bitte das krieg nämlich nicht S.S. Ne, den bringt es nicht. Okay, doch Eisquellen würde ich sagen. Lass mal auslochen, der Hund. Warum? Kein Ulti. Ach, hier kommt Ulti ab. Ich halte der Ulti ab. War noch schlecht gespielt. Boah, ich zack wieder richtig rein, ey. Einfach 6-6 schon? Ja. Eigentlich mal so, ich viele grad kennen wird. Boah, aber ich muss noch mal irgendeinen Trainer hinkriegen, der nicht die schwerste ist und der halbwegs okay auf so nem Level. Boah, das geht einfach nicht. Das ist einfach so, alles ist so 05 grade. Außer Thrash. Okay, unsere 3. Ja, danke, Kappa. Oh lol, der Lucius ist aber richtig squishy, der bürst sich sowas von weg. Ja, ne, ich verstehe, was du meinst. Also bei mir, ich hab definitiv ein weiteres Spektrum als du, ne, also das ist klar. Mhm. Der Hans hat mich gejukeflasht. Nur, die sind die sind, die sind so, alles easy. Wo ist Kattah? Kattah ist tot, alles easy. Und Even Dieb! Perfect. Man. Ich wollte ihn doch inzicken, aber er ist auch geflasht. Du musst hier einfach wieder sterben. Ich einfach Blutrunster. Du lol. Oh der Juke. Der Juke ist real. Ich habe damals einen Rhythm gespielt, als ich gerade so angefangen habe mit Loll. Da war ich so Level 22 oder so ne. Ich will auf dieses Schiffen sowas mal nicht klar gekommen. Ja klar. Ich habe Loll, der Nasenscheib glaube ich gerade im Allshet. Also aus Versehen. Ja. Ja. Endlos jetzt. Scheint so. Ja Kindle hat echt das Spiel schon krass gewonnen würde ich sagen. Ja. Ich bin dabei aber. Wobei aber die Cutter. Du siehst ja nicht an, dass sie Schaden macht. Mhm. Und das hat alles dieser Passive Damage von den ganzen Queues und sowas. Wobei aber gerade die Cutter auch echt gesuckt hat. Du hast diesen Durst Damage und du hast diesen übelsten DPS. Ja. Ja. Bestimmt. Also die Cutter hat aber auch richtig reingesuckt. Muss ich mal ehrlich sagen. Reformed hat mich. Kann ich auch mal sagen. Stimmt. Mach schön. Sonderlos. Er ultet einfach. Oh lol. Ich bin tot. Komm bitte. Lauf Junge. Zwei. Eins. Zwei. 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 Nasus Hotman, Alter. Oh, die Reihenfolge, das könnte ich nicht machen. Boah, ich hab schon 5 Tore. Oh, lol. Ne, geht's wieder gegen den Cutter. Was ist das hier? Die war weg hier oben. Ich hab meine Lane schon eh gewonnen. Top 1 ist Cutter. Nein, da ist Cutter, da ist Cutter. Ich ne Tore. Kino wird sterben wegen mir. Kann ich's machen, sorry. Ich geh mal zu ihm, ne? Kracher, süß. Was ist denn der? Ist der hier rüber gesprungen wahrscheinlich, oder? Aber wo ist denn der? Ey, was hat denn der überhaupt gemacht, ey? What the fuck? Last time... I come top, sorry. I don't trust you. Oh, Alter. Bis gleich. Richtig die Madness, Alter. Okay. Ist okay für mich. Ah, Tau ist weg. Oh, lol. Nice. War damage, ne? Sehr schön. Tau ist weg, ey. Hab nicht mehr durchgebuscht. Vielleicht noch Blubuff? Ja, das war wieder das, wo... Wenn ich da reingegangen wäre, wäre ich dann auch gestorben, wirst du? Oder der Dusche? Was macht denn der noch? Blubuff bitte für mich. Obviously. Danke. Das gute... Gute ist, an dem animation-pacing hin zu. Hm? Passt dann gut? Ich geh da ganz gut hin. Oh. Alter, Alter. Kann man alles erkennen? Oh, shit. Nice. Oh, shit. Nice. So, ne da. Goal. Ja, please, alter, Jace. Der P-Tapper, vor allem, die Minions. Weißt du, die sind so dumm? Uff, check die bestimmt nicht. Kapper. Naja, langsam wirds besser hier. Erst pur, diese Leute sind so dumm. Okay. Sie sind alle schlechte Spieler. Naja, wenn die Kinder das schon callen, muss man das ja fast mal machen. Ich bin noch nicht voll, oder? Das hat aber auch so viel Farben wirklich krass. Nein. Da hat mich schon ziemlich gut gefühlt, denke ich oben. Ja, ich hab fast so viel Farben wie du. Braust Hilfe, ja, oder? Turn around. Und... Safe. Ey, das war ein Triple. Ich hab auch ein bisschen Schaden gemacht davon. Ja, wir können... Wir können schon wieder diesen Habit machen. Na, das ist doch weg jetzt fast. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ach ja, das ist halt über das Herz. Die Gier nach Edo zeigt den Menschen das Schlechteste. Genau. Der Schaden. Oh, das hilft dir. Nein! Der Greed! Hydro kill! R! Press R! Press R! To dance! Kais! Oh Mann! Ich bin zufrieden! Sie ist kein 12 Kais! Einfach nur Hydro kill! Hydro kill! Okay! Oh Mann! Ich bin ja immer! Keine Ahnung! 8-1! Easy! Siehst du? 6-10! Easy! Hm! Ja, wir können es eigentlich nicht wirklich geil machen und beenden. Ein bisschen sehr langweilig. Ich bin irgendwie langweilig. Was ist dir mit Blut das denn immer? Weiß nicht! Chain! Schaden! Healen! Ich geh mit dir! Oh Leute, die Katte hat 8 Kills! Katte geht weg! Lucian free kill! Danke! Danke! Schönerlich schön! Die Bordelie! Schaut den Eugend! Heordin! Das war der Falle mit dir! Dass sie direkt empf sewing! Da kam drauf aufgefallen! Okay! Wo doch? Wo ist das wie beim Golfen und Syncly? Moon Đây. Danke. Danke. GG. GG. Wie Portli, wie Portnasus. Ganz schön viel Salz hier. Ja, ich viel Salz verstreut. Irgendwann ist ja... Sind wir mit noch was verstreut? Ja, ich glaube auch. Nun ja, okay. Vielen Dank für das Spiel, Max. Ich bin Herr Pärchen. Dann noch mal bei. Ja.